Ich zeige euch heute, wie man einen T5 Cache macht und bekommt, ohne ihn klettern zu müssen. Die in diesem Video gezeigten Handlungen sind unter keinen Umständen nachzumachen und dienen ausschließlich der Unterhaltung. Ich übernehme keinerlei Haftung. Regel Nummer 1, immer mitten in den Wald fahren. Das strahlt auf jeden Fall Professionalität und Seriosität aus. Regel Nummer 2, professionelles Auftreten. So eine Berufsbegleitung strahlt unwahrscheinliche Autorität aus und keiner wird fragen, was ihr da vorhabt. Regel Nummer 3, ihr solltet den richtigen Baum gefunden haben. Regel Nummer 4, schon bevor ihr die Aktion startet, solltet ihr das richtige Equipment dabei haben. Regel Nummer 5, die richtige Feldtechnik. Nummer 5, die Sendung auf wird. Nummer 4, schon bevor ihr das vielleicht nicht dazu entwickelt. Nummer 5, schon bevor ihr das registriert. Nummer 5, was er commissioniert. Nummer 5, 3 – 4, schon bevor ihr das kilometern 보�tet seven, vielleicht nicht dazu. Nummer 5, schon bevor ihr das wirklich. Pokommst du das Video blommstieg. Nummer 5, 2, 30, 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 33, 29, 30, 30, 30, 30. Achtung! Oh ja! Regel Nummer 6. Jetzt ist es zur Dose nicht mehr weit. Regel Nummer 7. Beim Locken immer dazu schreiben, Dose lag am Boden. So, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten anstrengenden Projekt. Geht raus und macht was und sägt keine T5er um. Macht's gut. Tschau! Tschau!